Das war lecker. Das ist ein feueres Glück, das war lecker. Andi, du hast doch den Menschen hier etwas mitgewirkt. Du hast nämlich ein kleines... ...mitgebracht. Wollen wir hören, wie Andi uns ein Weihnachtslied bläst? Jetzt, das ist der Moment. Hier darf geweint werden, Gänsehaut. Hier weinen auch die Rabauken und Oligens. Andi? Muss der Andi aufstehen? Herr Acker! Das ist keiner da. Andi, ganz ruhig. Willst du einen Schluck noch trinken? Hey Leute, hier muss man einen Lieben haben. Warte, warte, was jetzt stimmt. Stimmt. Andi? Undi? Ei! Tja! Tja, 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 Tja. Tja, 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 Tja! Vielen Dank.